Hallo liebe Fußballfreunde, Willkommen auf Erdners Fußballecke. Hallo liebe Fußballfreunde, ich habe ein neues Bundesliga Quiz für euch. Heute zeige ich euch jeweils zwei Spiele aus einem Verein und ihr sollt erraten wie alt einer der beiden Spieler ist. Dann viel Erfolg! Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ja, liebe Bundesliga-Fans, das war's für heute. Wie viel habt ihr richtig? Schreibt's in die Kommentare. Hat's euch Spaß gemacht? Schreibt's ebenfalls in die Kommentare. Hier habt ihr wie immer einen Videovorschlag und zwei Playlisten von meinem Fußballkanal. Könnt ihr euch mal gerne anschauen. Und nicht vergessen, Werners Fußball-Licke zu abonnieren. Danke euch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.